Wie bekommt man Fieber bei kleinen Kindern schnell herunter? Mit einfachen Hausmitteln. Darüber geht es in diesem Video. Fieber besonders bei kleinen Kindern lindert man schnell, wenn man ihnen Kirschsaft zu trinken gibt. Starkes Fieber bei Kindern lässt sich in ein bis zwei Stunden senken, indem man die Zehen und Fußsohlen mit einem Tuch umwickelt, auf das Eiklar aufgetragen wurde. Die Aminosäulen im Eiklar senken das Fieber. Fieber bei kleinen Kindern klingen auch sehr gut ab, wenn man rohe Kartoffelscheiben mit einem Tuch an ihre Fußsohlen bindet. Probier das ganze aus. Du wirst sehen, diese Hausmittel werden sehr gut helfen. Danke fürs Zusehen. Beachte auch bitte die Infos unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin 13 40 42 42 42 42 41 43